schön dass ihr heute wieder reinschaut bei trick pc zur abwechslung gibt es heute mal keine kompaktwasser kühlung sondern eine luftkühlung nämlich den arctic freezer 50 ein doppelturm high endkühler für unter 50 euro sieht auf den ersten blick nicht aus wie einer ist tatsächlich einer soll sich einfach montieren lassen und eine sehr gute kühlleistung bieten und leise sein und natürlich ob der kühler vielleicht einen haken hat das schauen wir uns jetzt im test für euch genauer an ausgeliefert wird der freezer 50 in einer großen kartonage darin enthalten der kühlkörper mit bereits montierten lüftern dann montagezubehör für alle gängigen sockel am4 1200 als auch 1700 bei intel 1700 wenn ihr ein neueres modell im handel erwischt ist das montagezubehör da gleich dabei falls nicht dann wendet euch gerne an arctic ansonsten dabei ein qr-code für die einbauanleitung und natürlich ein tütchen wärmeleitpaste es gibt noch eine weitere variante von freezer 50 und da wird er mit dem hauseigenen aegb controller von arctic ausgeliefert 2,5 zoll format könnt ihr also theoretisch auf einen ssd platz hinpacken ihr habt eine fernbedienung dabei wo er dann effekte als entsprechend auch zum beispiel die lüfterdrehzahl nach euren wünschen bequem vom stuhl aus anpassen könnt ihr könnt das ganze auch durchschlaufen und quasi über das mainboard mit dem controller alles regeln lassen und auch noch diverse adapter kabel sind entsprechend dabei ist vielleicht für den ein oder anderen sicher eine interessante sache dann schauen wir uns kurz natürlich den freezer 50 mal genauer an wie gesagt das ist ein doppelturm kühler mit einer höhe von 16,6 cm das kann für das ein oder andere gehäuse schon zu viel sein was die höhe anbelangt solltet ihr also vorher unbedingt nachmessen kühler ansonsten äußerlich erst einmal komplett in schwarz gehalten wir haben relativ viel kunststoff außenrum allerdings sehr hochwertig verarbeitet und sieht auch schick und dezent aus man setzt beim freezer 50 aufgrund der doppelturm bauweise dann auf zwei lüfter vorne 120er und in der mitte 140er lüfter die haben jeweils einen drehzahlbereich von 200 bis in unserem fall 1800 umdrehungen eigentlich läuft der 140er nur mit 1700 umdrehungen lustigerweise bei uns auch mit 1800 umdrehungen allerdings ist natürlich bei der maximal drehzahl immer je nach system und mainboard ein bisschen schwankung mit in begriffen was gibt es bei den lüftern ansonsten zu beachten es sind hauseigene lüfter die allerdings nicht einfach ausgetauscht werden können da sie an dem rahmen hier fest verbaut sind und einfach an den kühlkörper dran geschnappt werden kann man jetzt als kritik auffassen muss man bei arctic allerdings nicht ihr bekommt sechs jahre hersteller garantie auf den kühler und ich muss sagen dass ich auch mit arctic lüftern auch nach mehreren jahren wie wir uns ja auch beim freezer 64 angesehen haben bei den lüftern keinerlei probleme hatte lüfter ansonsten werden angeschlossen via vier pin pwm es ist direkt eine weiche integriert dass ihr beiden an einen anschluss anschließen könnt und entsprechend dann über euer mainboard regeln lassen könnt werden auf der oberseite weil heutzutage geht natürlich nichts ohne rgb eine dezente rgb beleuchtung integriert wir haben den arctic schriftzug mit logo beleuchtet und noch zwei zierstreifen die entsprechend via 35 volt dann ansteuern könnt wahlweise via mainboard oder wenn ihr euch die variante mit controller gekauft habt natürlich auch sehr gerne über diesen und jetzt blenden euch das hier gerade mal ein wie dann die beleuchtung aussehen kann wie ihr seht das ganze wirklich dezent gehalten eine nette sache muss man nicht nutzen aber natürlich ein nice to have wenn man an die kunststoffverkleidung abgenommen hat dann hat man einen blick auf den anführungszeichen nackten kühlkörper der verfügt dann über 66 mm kupfer heatpipes unten ist auch das ganze mit hdt zum prozessor realisiert sprich die sind direkt angeschliffen aber natürlich zum schutz vor korrosion und so weiter dann entsprechend auch vernickelt alles ist sehr sauber verarbeitet und sieht auch wirklich sehr hochwertig aus was sehr interessant ist am doppelturm kühler den man jetzt natürlich erst sieht wenn man die verkleidung mal ein bisschen abgenommen hat wir haben vorne einen relativ schlanken kühlturm und im hinteren bereich dann einen etwas dickeren zudem fällt auch auf dass wir an den seiten dann quasi die heatpipes umgeklappt haben dass die luft nicht zur seite entweicht sondern wirklich durch den kühlkörper durchströmt also quasi in richtung eines luftkanals das soll entsprechend auch noch mal für etwas mehr kühlleistung im endeffekt dann sorgen und wenn man sich den freezer 50 von hinten betrachtet gibt es da auch noch mal so ein kunststoff rahmen außenrum der den luftstrom auch gerichteter dann nach draußen führen soll und beim freezer 50 auch noch interessant arbeitsspeicherkompatibilität ist so ein thema bei doppelturm kühlern ist auch hier so eine sache wir haben bei uns maximal 37,5 mm gemessen das ist auch das was arctic maximal angibt was quasi unter den kühlkörper drunter passt damit scheiden da hohe rgb arbeitsspeicher in den meisten fällen schon mal aus vor allen dingen auch wenn ihr dual channel nutzt und den ersten und den dritten slot zum beispiel belegt das solltet ihr auch bei der kühlerauswahl dann im hinterkopf haben dann kommen wir zum thema der montage was gibt es zu beachten zum einmal ihr müsst das mittlere segment mit rgb beleuchtung und dem 140 mm lüfter entnehmen dass ihr dabei an die beiden montage schrauben dran kommt bei am 4 system wie in unserem fall wäre das retention modul die backblade weiter benutzt wird dann mit den entsprechenden am 4 montage bügeln bestückt der kühler aufgesetzt und festgeschraubt habt ihr den kühler dann entsprechend montiert dann setzt ihr das obere teil einfach wieder ein achtet darauf dass die kabel entsprechend auch sauber beim unteren ende wieder rauskommen dann schließt ihr alles an zum beispiel die a rgb beleuchtung als natürlich auch den pwm stecker und dann kann es auch schon losgehen und auch an dieser stelle noch mal kleines bildchen rem kompatibilität ist relativ eingeschränkt bei diesem kühlkörper low profile speicher kein thema hoher rgb arbeitsspeicher allerdings dann schon dann kommen wir zu den temperaturen active freezer 50 zeigt mit maximaler drehzahl hier von 1800 umdrehungen ein wirklich sehr sehr gutes ergebnis gibt es wie ihr sehen könnt auch an unseren vergleichsmessungen absolut nichts daran auszusetzen könnt ihr auch hitzköpfige cpus oder auch ein bisschen overclocking problemlos das teil dann auf angemessenen temperaturen halten auch mit 70 prozent lüfter leistung und 50 prozent lüfter leistung ist die kühlleistung wirklich immer noch sehr sehr gut das ganze sinkt relativ stark linear ab allerdings immer noch in dem bereich wo man den kühler problemlos benutzen kann und wie wir auch gleich sehen werden wird er auch mal dann noch mit 50 prozent deutlich leiser dann kommen wir zum thema der lautstärke mit maximaler drehzahl von beiden lüftern mit 1800 umdrehen messen wir hier 39 38 dezibel beziehungsweise drei sohn das ist jetzt relativ laut aus dem system wahrzunehmen ist allerdings bei der maximale drehzahl und zwei lüfter jetzt auch kein großer beinbruch was man dem freezer 50 allerdings dazu sagen muss das lüfter geräusch ist in einer relativ tiefen frequenz das heißt für euch das ganze ist angenehm in den ohren muss euch nicht stören kann euch aber stören wenn es dann wirklich leise sein soll müsst ihr den lüfter auf so 50 prozent runter bringen da messen wir dann nur noch 0,99 beziehungsweise 28,36 dezibel das ist in dem bereich wo er als leise durchgehen kann besonders in dem geschlossenen gehäuse auch wenn ihr kopfhörer auf habt oder sowas dann sollte das nicht weiter dramatisch sein für viele von euch reicht vielleicht auch schon die lüfterstufe von 70 prozent aus also eine relativ leichte reduzierung ist allerdings auch im verhältnis ist natürlich wieder zu der kühlleistung immer ein bisschen davon abhängig was ihr kühlen möchtet und was euch selbst auch wichtig ist der arctic freezer 50 hat uns im test sehr sehr gut gefallen es ist ein hochwertiger und einfach zu montieren der doppelturm luft kühler der zudem auch bei dem preisbereich von unter 50 euro sich in keinerlei weise vor anderen konkurrenzprodukten verstecken braucht zudem bietet auch wirklich eine extrem gute kühlleistung und zudem habt ihr auch noch eine dezente rgb beleuchtung dabei also was will man denn eigentlich mehr kleinere haken die es am kühlkörperchen gibt eure arbeitsspeicherkompatibilität ist relativ stark eingeschränkt mit 37,5 mm mit 16,6 cm höhe sollte er auch in kleinere gehäuse meistens leider nicht reinpassen und auch zudem muss man sagen mit maximaler drehzahl ist er laut aus dem system wahrzunehmen dem problem könnt ihr allerdings ganz leicht abhilfe schaffen wenn ihr die lüfter einfach ein bisschen runter regelt die kühlleistung verschlechtert sich da kaum und ist in unseren augen immer noch mehr als geeignet auch für hitzköpfige cpus ja ansonsten auch noch nett wenn ihr euch die version mit a rgb controller kauft habt ihr da gleichzeitig einen controller und eine fernbedienung dazu da könnt ihr dann ganz bequem vom stuhl aus euren lüfter was beleuchtung als auch die lüftergeschwindigkeit ist regeln ja summa summarum ein wirklich rundum interessantes und gelungenes produkt wenn man hier und da wieder einige kleine abstriche in kauf nehmen kann aber wir sind natürlich noch an eurer meinung interessiert wie findet ihr den arctic freezer 50 habt ihr vielleicht schon einen zu hause plant ihr luftkühler oder kauft ihr euch doch lieber eine kompakt wasser kühlung wollt ihr vielleicht auch noch mal ein duell sehen kompakt wasser kühlungen gegen luft kühlungen wenn ihr anregungen fragen kritik oder auch gerne tipps habt dann schreibt uns das sehr gerne unter dieses video ihr wisst da freuen wir uns immer sehr drüber und in diesem sinne bedanke ich mich recht herzlich dass ihr heute wieder bei uns reingeschaut habt und ihr wisst wenn euch unsere arbeit gefällt freuen wir uns sehr über einen daumen nach oben ein abo und auch wenn ihr die glocke aktiviert denn dann verpasst ihr keines mehr unserer test videos und dann sehen wir uns beim nächsten mal hier bei tweet pc einfach wieder